Musik Wir haben aus diesem Märchenwürfel zwei Geschichten gemacht. Die erste lese ich euch jetzt vor. Der tapfere Leon. Es war einmal ein Leon, der ging in den Wald. Da hörte er ein Schreien von einer Prinzessin. Er tötete die Stiefmutter und bekam einen Schatz. Ende. Und wir haben noch eine zweite Geschichte gemacht und die lese ich euch jetzt vor. Der Endertrache und der Knecht. Es war einmal ein Knecht. Er lief durch den Wald. Mitten im Wald fand er ein Enderportal. Er ging rein. Er war drin und sah ganz viele Endermänner. Ja. Dort sah er einen Wolf. Und ein Endertrache. Der Endertrache war böse und wollte den Wolf töten. Doch der Knecht wollte ihn retten. Er hatte Eier mit dabei und machte ihm Schaden. Am Ende war der Endertrache tot und er konnte den Wolf retten. Ende.